Mit mir haben Sie nicht gerechnet, hm? Na, hat Sie in die Sprache verschlagen? Haben Sie das Geld dabei? Nein. Warum sollte ich Geld mitbringen? Sie haben meine Mutter Urlauber. Ja, aber dass Sie das wissen, das nützt Ihnen nichts mehr. Waffe wegfallen lassen! Nein, Sie sollen sofort kommen! Was los ist, ich bin hier im Präsidium, in der Mordkommission. Die wollen mir einen Mord unterstellen! Dann bringen Sie halt einen zweiten Anwalt mit, wenn Sie das allein nicht können! Haben Sie vergessen, dass wir Zeugen haben? Frau Warner, stellen Sie bitte auf. Ich nehme Sie fest, wegen des dringenden Verdachts Jolinda Brandt am Morder zu haben und wegen Mordversuchs an Sonja Brandt. Bitte kommen Sie!